Wenn ich Muskeln aufbauen möchte, wie wichtig sind denn die Uhrzeiten, zu denen ich esse? Genau, wie wichtig ist das da? Oder ist es im Endeffekt okay, wenn ich quasi dann esse, weil ich spüre, weil mein Körper Energie braucht? Wenn ich sage, dreimal am Tag, immer dann, wenn ich Energie brauche, oder sollten das immer feste Uhrzeiten sein? Und wenn das mal einen Unterschied machen kann, wie groß dürfte der sein quasi, okay, eine Stunde später oder wie auch immer? Oder auch die Pausen zwischen dem Essen, ja, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei mir war das so, wenn ich abends um 18 Uhr das letzte Mal gegessen hatte und dann wieder erst am nächsten Morgen um 10 Uhr, erst hatte ich ein super Körpergefühl, wenn ich Muskeln aufbauen möchte, ist das da? Langsam, 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 gleich mal eine Frage, gleich mal eine Frage. Du hast dich super wohl gefühlt, weil du deine Ernährung grundsätzlich umgestellt hast. Weil ich meine es? Ernährung grundsätzlich umgestellt hast, du hast ja früher ziemlich schlecht gegessen. Ja, genau. So, und jetzt hast du umgestellt auf gesunde Ernährung, jetzt ist die Frage, kommt das Wohlbefinden von der gesunden Ernährung oder das Wohlbefinden, weil du das letzte Mal am 18 Uhr gegessen hast? Das ist immer die große Frage. Ja, das waren, glaube ich, zwei Sachen. Einmal, dass ich ungesunde gegessen habe und dass ich vor allem mehr gegessen habe, weil das der Bauch richtig voll wird, deswegen hatte ich morgens noch einen vollen Bauch. Wenn du gesund ernährst und das anpasst, also ich habe das zum Beispiel nie, dass ich mich morgens unschlecht fühle, weil einfach das kostet und fällt, erst natürlich auch mal mit der Menge, aber auch mit dem, was du isst. Natürlich, wenn du vorher, das ist eine kleine Quirbrücke dazu, es gibt immer diese Aussagen, ihr findet, ganz viele Aussagen, Paleo ist das Beste. Vegan ist das Beste, Vegetarisch ist das Beste, Mittelmeer-Diät ist das Beste. Warum ist es das Beste? Weil es Geld bringt. Einmal das und weil eine Person vorher sich ganz schlecht ernährt hat, super schlecht, nur Schrott gegessen hat und jetzt ist das erste Mal in ihrem Leben, ob es dann vegan ist oder ob das Paleo ist, das erste Mal gesund, dass dann natürlich eine Leistungsverbesserung ist, eine Leistungssteigerung da ist, ein höheres Wohlbefinden ist klar, weil der Schrott weg bleibt. Das ist der Grund, warum man sich besser oder schlechter fühlt. Natürlich, wenn du selbstständig gesund ernährst und du wirst abends um 20 Uhr 2500 Kalorien essen, weil du den ganzen Tag nichts gegessen hast, dann ist es für mich nicht gesund. Warum? Weil, wenn du schlafen gehst, fängt ja auch der Darm und die ganzen Verdauungsorgane wollen ja auch schlafen. Aber die wächst du ja mit einer riesen Mahlzeit auf und jetzt müssen die arbeiten, 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 um das Zeug natürlich zu verarbeiten. Die Verdauungsorgane, wie zum Beispiel der Darm, wie die Leber, die hilft, wie die Milz, die hilft, die helfen ja alle mit. So, und die müssen ja noch agieren, aber die wollen eigentlich schlafen. Und das ist das, warum du dich besser fühlst zusätzlich, weil du natürlich diesen Organ über Nacht hinweg die Ruhe gegeben hast. Deswegen dieses IFM-Intermediate-Fasting, was ja jetzt momentan in aller Munde ist, da fangen die Leute auch an, die haben vorher ganz schlecht gegessen und jetzt essen sie gesund, jetzt ist das Beste, was es gibt. Das können sie auch mit drei, wahrscheinlich sogar mit vier Mahlzeiten erreichen, wenn die kleiner werden. Und wenn sie gesund wären, wäre das gleiche Spiel in grün. IFM zum Beispiel, noch einen kleinen Satz dazu, IFM ist hervorragend, um natürlich Organe zu entlasten, Verdauungsorgane. Weil ich natürlich über Jahre hinweg Scheiße gegessen habe, meine Organe misbraucht, aber das ist sicherlich eine gute Idee. Die Frage ist, wie lange gibt es jetzt wieder IFM? Das wird wahrscheinlich im Jahr oder in zwei Jahren wieder weg sein, da kommt wieder was Neues. Deswegen, jeder muss letztendlich für sich persönlich seine Ernährungsweise finden, wie es wichtig ist, gewisse Grundregeln einzuhalten. Und die gilt für alles, die Grundregeln, das ist erstmal gesund zu essen. So nahmöglich artbedarfsgerecht. In deinem Fall, du hast gefragt, ob es wichtig ist, zu welcher Tageszeit man essen sollte. Wenn du große Mahlzeiten isst, dann solltest du vier bis fünf Stunden Zeit lassen von einer zu einer Mahlzeit, dass der Körper erstmal vollständig weitgehend verdauen kann und dass der Insulinspiegel wieder sinkt. Dann solltest du, das ist meine Erfahrung in den letzten 30 Jahren, ich nenne es biorhythmisch essen. Morgens, mittags und abends weniger. Allein schon im Energiespiegel. Wenn ich morgens aufstehe, hat der Körper einen hohen Energiebedarf. Du hast auch den ganzen Tag vor dir, wo Aktionismus da ist, wo auch das, was du isst, wieder verarbeitet wird. Blutzuckerspiegel senkt sich von selber, weil du ja was tust. Mittags das Gleiche, du hast mittags nochmal eine lange Zeit, um den Blutzuckerspiegel senken zu lassen, weil du Aktionismus hast von 12, 1 bis abends 18, 19, 20 Uhr. Wenn ich um 20 Uhr erst esse und da die größte Menge Energie zuführe, dann habe ich aber keinen großen Aktionismus mehr. Was macht der Körper dann mit den Nährstoffen? Wie geht damit um? Ist es wirklich gut, so viel, bevor man ins Bett geht zu schlafen? Meines Erachtens nach nicht jeder, der mal sich gesund ernährt und danach dann irgendwann, keine Ahnung, auf einer Hochzeit ist und isst abends in 21, 21, eine große Menge, ist erstellt fast fest, dass er nicht gut schläft. Warum? Klar, weil der Verdauungstag noch am Arbeiten ist. In deinem Falle, so wie du es jetzt vorhast, drei, das ist das häufigste Prinzip, drei wertvolle Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abend, vier bis fünf Stunden Zeit lassen, zwei Stunden vorm Training nichts zu essen. Warum nichts essen? Wenn du eine große Mahlzeite gegessen hast, was macht der Körper? Der zieht sein Blut ab in den Magen-Darm-Trakt-Bereich, um das zu verarbeiten, um natürlich alle Verdauungsorgane, die mithelfen, zu versorgen mit Sauerstoff, mit Blut. Und wo fehlt dann das Blut? Natürlich in der Extremität, zum Trainieren oder in der Birne. Und dann ist halt der Körper am Wählen. Wer jemals schon mal richtig vollgefressen trainieren war, der weiß, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass es völlig ekelhaft ist. Erstmal hast du keine Trainingsleistung, zweitens fühlst du dich schlecht. Warum legen sich die meisten Tiere, die richtig viel fressen, direkt danach hin? Weil sie wissen, dass es jetzt keinen Sinn macht, zu jagen. Ein Mensch muss mir das sagen, der weiß es nicht mehr, der hat es vergessen. Und dann nach dem Training kann ich dann aber auch direkt essen. Sprich, wenn ich das Training dann morgens mache, zum Beispiel, ich stehe um 5 Uhr auf und mache, dann fange ich um halb 6 mit dem Training an, dann mache ich das eine Stunde und dann kann ich auch direkt essen. Kannst du direkt essen? Also mir selber gelingt es nicht, wenn ich hart trainiert habe. Ich brauche eine halbe, dreiviertel Stunde, dass ich essen kann. Warum ist das so? Weil in dem Moment, wo du hart trainiert hast, versucht der Körperleicht, die ganzen Muskelgruppen, die wir trainiert haben, erstmal zu versorgen, zu regenerieren mit Nährstoffen. Aber wenn dann der Nährstoffgehalt im Darm zu groß ist, zieht das Blut wieder ab. Also ich brauche immer so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich bewundere jeden, der direkt nach dem Training essen kann. Also ich kann es nicht. Geht nichts rein. Geht nichts rein.